Willkommen zu Tag 14, der 14. Impuls für mehr Erfolg in deinem Leben. Heute geht es darum, sei authentisch. Was meine ich damit? Wir kriegen alle Impulse von außen und oftmals ist es so, dass wir meinen, wir müssten so sein wie die und die Person. Weil die und die Person ist schon erfolgreich, da möchte ich hin. Ja und deshalb empfehle ich dir Impulse zu nehmen, zu empfangen und die in deine Persönlichkeit umzuwandeln. Und genau deshalb gebe ich dir hier Impulse. Der eine mag besser sein und der andere mag schlechter sein für dich. Aber es geht darum, dass du, du selbst bleibst und alles was ich dir hier sage oder was du von irgendwo anders erfährst oder irgendwelche Schulungen, die du machst, was du da empfängst, das ist alles super. Aber bleib authentisch, sonst bist du die Kopie eines anderen. Und das ist das Thema, was jeder im Außen merkt. Ja, es ist meist unterschwellig und dann heißt es irgendwie, nee, also irgendwie kann ich das nicht so annehmen, wenn der oder die das sagt. Ja, warum? Weil du, weil man spürt das, wenn jemand nicht in seiner Mitte ist und nicht authentisch. Deshalb empfehle ich dir und das gebe ich dir ganz klar heute raus, denk darüber nach, bleibe authentisch, sonst bist du die Kopie eines anderen. Und du bist einzigartig und du trägst in dir deine Erfolgsquelle und genau den Weg, den du gehen kannst und den kann sonst kein anderer gehen. Und dann bist du erfolgreich. Steh zu dir mit all deinen Fehlern und all deinen Schwächen und all deinen Stärken. Bis morgen. Tschüss.